Aimo Stefano Diana ist ein italienischer Fußballspieler, er spielt auf der Position eines Mittelfeldspielers. Karriere Aimo Diana begann seine Profikarriere in seiner Heimatstadt bei Brescia Calzico. Nach drei Spielzeiten und Brescias Abstieg in die Serie B spielte er 1999-2000 für Hellas Verona in der Serie A und erreichte mit der Mannschaft einen respektablen neunten Platz. Nach kurzer Rückkehr zu Brescia Calzico wechselte Diana im September 2001 zur AC Parma, von der er im Januar 2003 an Regina Calzico verliehen wurde. Zur Saison 2003-04 ging Aimo Diana zu Sampdoria Genua, wo er drei Jahre lang Stammspieler und Leistungsträger war. Durch seine guten Leistungen in Genua empfahl er sich auch für die Nationalmannschaft. In der er unter Giovanni Trapattoni am 28. April 2004 beim 1-zu-1 gegen Spanien debütierte. 2006 wechselte Diana im Tausch gegen Massimo Bonani, Christian Tellizzi und zwei Millionen Euro zur Rues Palermo. Im Januar 2008 wurde er zum FC Turin transferiert, wo er einen Vertrag bis 2011 besitzt. Bereits bei seinem zweiten Spiel für den Toro erzielte er gegen seine alte Mannschaft Palermo sein erstes Tor für Turin. Im Februar 2010 wurde Diana bis zum Saisonende an die AC Belinsonar ausgeliehen.